Dieses Video zeigt die Kurzvorstellung einer Pico-Sommerneuheit 2020, die Taurus-Log im Cut-Design. Im Dezember 2003 startete eine Betreibergesellschaft aus ÖBB und Flughafen Wien einen Shuttle-Zug zwischen den Haltepunkten Wien-Mitte und Flughafen Wien, den City Airport Train. Für die ca. 15-minütige Fahrt zahlt man bei Online-Buchung 11 Euro. Nachdem bis Ende 2012 die Mehrsystem-Variante des Taurus eingesetzt wurde, fahren die Züge nun mit dem Einsystem Taurus der Reihe 1016. Das speziell entwickelte Markendesign wurde mehrfach prämiert. Ein Video mit weiteren Informationen zum Taurus sowie den Einsatz bei der Deutschen Bahn ist oben eingeblendet. Die Wendezüge fahren mit drei Doppelstockwagen, von denen der letzte ein Steuerwagen ist. Die Seitenflächen können für Werbung gemietet werden. Corona-bedingt ist der Betrieb derzeit eingestellt. Pico bietet bereits diverse Bedruckungsvarianten des Taurus in der Hobbylinie an. Nachdem das entsprechende Rocco-Modell inzwischen vergriffen ist, kommt nun eine Pico-Log im Design der City Airport Train. Vorgestellt wird hier die Wechselstromversion der Lok. Auch in der Hobbylinie hat Pico nun einen MFX-kompatiblen Decoder verbaut. Neben der Lok sind im dritten Quartal auch ein Doppelstock-Steuerwagen sowie ein zweiter Klasse-Doppelstockwagen geplant. Bei günstigen Internethändlern erhält man die Lok für ca. 100 Euro. Der MFX-Decoder wird von der Mobile Station 2 automatisch erkannt und die Lok einwandfrei eingerichtet. Im Vergleich mit dem Original erkennt man die einfach gehaltene Ausführung der Hobbylinie. Die Bedruckung ist dagegen detailgetreu und aufwendig ausgeführt. Der Dachgarten ist ansprechend ausgeprägt. Auch auf die B-Anlagen kann die Lok aufgrund ihrer Farbgebung ein interessantes Bild abgeben. Zum Abschluss nun noch einige Fahrszenen. Bis dahin! Mal sehen, was ich war für heute? Top 4 Üstere Musik 10 3 3 5 3 7 7 Top 4 8 10 10 Untertitelung. BR 2018